Hallo und herzlich willkommen zu den Info von Company of Heroes 3. Wir wurden beim selben Punkt wie in der letzten Folge angegriffen und müssen wahrscheinlich einfach exakt den selben Verteidigungsweg einschlagen. Wäre natürlich witzig, wenn es jetzt auch exakt die selbe Verteidigungsmission wäre. Aber ich glaube eher weniger. Witzig wäre es aber, wenn wir jetzt exakt die selbe Mission hätten. Aber naja, das Spiel hat halt irgendwie so einen Pool aus 5-6 Karten, 3 verschiedene Missionszielen und die werden halt wiederholt. Ja, machen wir. Mehrere MGs, ne? Ein Klassiker. Hey, es ist die Karte wieder. Hui, wer hätte das erwartet? Das ist eine erneute Karte. Ich habe nicht mal gefühlt ein Drittel oder ein Viertel von der Kampagne herum. Und die Karten wiederholen sich schon so heftig, dass es irgendwie wirklich, also weiß ich nicht. Wenn ich ein Spieldesigner und ich habe jetzt sagen wir mal, sagen wir einfach mal so 20 bis 30 Hauptmissionen auf der Karte gesetzt. Und habe für alle Hauptmissionen eine eigene Karte erstellt. Das ist cool. Ja, schön. Aber, wenn ich halt schon vorher weiß, warte, die stellen wir mal ganz kurz hier hin. Wenn ich schon vorher weiß, ey, wenn wir halt schon so 30 Hauptmissionen haben, werden unterwegs, sagen wir mal pro statt 2, vielleicht auch 3 Angriffe nochmal kommen. Sagen wir mal, es sind dann 60 Missionen, ja? Rechnen wir einfach mal grob. Dann hätte ich am liebsten maximal 3 mal dieselbe Karte. Weil sonst ist es halt irgendwann öde, ja? Wenn die noch viel zu oft kommt, ist es doof. Da machst du halt einfach, kannst du auch von mir aus mit dem Remnant Generator, wie auch immer machen. Ja, ja. Und dann hast du halt irgendwie von mir aus 20, 30 Karten, die du halt vorher irgendwie so versucht hast zu erstellen. Du hast ja jahrelang Zeit. Mach das doch einfach irgendwie. Nur dadurch hättest du halt den Vorteil, dass das Ganze einfach viel, viel mehr Widerspielbarkeit hat. Jetzt mal ganz im Ernst. Weil ich persönlich finde es echt traurig, dass das nicht so ist. Jetzt mal ohne Scheiß. Hier ist so ein kack Scharfschutz jetzt drin. Ja komm, den bringen wir eben um. Wo ist er denn, der Herr? So, kurz Nate rein. Okay, hier ist er nicht. Da muss er ja da oben drin sein. Da stelle ich in dem Haus da. Jo, der verkackt voll von Pionier. Ja. Okay, cool. Der stirbt hier unten leider. Ready to kick some ass, boys. So. Einfach die Sterne schützen, die zwei. Das reicht ja. Die stehen genau wieder Front an Front. Keiner bringt sich um. Klassiker. Müssen die wissen. Ach komm, mach mal mit dem Sheffy-Panzer. Das ist auch schön. Ja, den kannst du auch gerne haben. Das ist mir jetzt gerade egal. Das M.G. kommt gerade hoch. Warten wir nochmal in. Schaffst du's? Schaffst du's? Nachts will ich Arbeitskraft in die wir laufen. Schaffst du's? Schaffst du's? Leil? Wird übelst Schaden kassiert, aber wie? Ich hab' gar nicht gemerkt. Die Lernste-Light-Tank. Alles in, Hachstatt. Bereit für die pigeons. Du gehst dahin? Und wir beide geht bitte hier hin. Der Hauptmann geht dahin. Und ihr snipet ja von da hinten irgendwie. Kann auch von hier aus. Noch ein Sheffy? Weil ich das schwere nur bei 100 Punkten, haben wir gleich schwere gewonnen. Passt. Super. Oh, geil. Das ist ungünstig. Mhm. Das ist ärgerlich. Aber hilft ihm nicht viel. Das ist ein mittlerer Schützenpanzer hier. Du kannst mal ganz kurz den Scharfschutz suchen, wenn ich jetzt nicht ganz verstanden habe, weil wenn der hier oben nirgendswo drin ist, wo ist er dann? Alter, jetzt mal im Ernst, wo ist der? Okay. Da kommt eine Menge Angriffe rein. Ne, das ist so doof. Muss weg. Wow. Rennen. Halten auf, so lange es geht. Passt. Passt, passt, passt. Das ist ungünstig. Egal. Ja, haben wir geschafft. Passt. Den bitte töten. Und gewonnen. Ja. Na, ich schaffe es, dass ich kein Fang, wo das sein soll, weil ich habe jetzt jedes Gebäude gesehen. Weiß ich nicht. Ist auch egal. Vielleicht irgendwo im Busch unten drin oder so. Ist auch nicht so wichtig. Bonusziel abgeschlossen. Haben wir trotzdem irgendwie geschafft. Natürlich, klar. Natürlich. Was auch sonst. Äh? Ich dachte, ich habe den nicht gefunden. Oder habe ich ihn doch gefunden durch Zufall hier zum Ende? Ach, keine Ahnung. Ja. Ach, aber die Truppe hat mal wieder überlebt. Wer hätte das gedacht? Zweimal derselben Stelle hat sie es geschafft. Der geht natürlich wieder genau auf 500 Schaden. Wir irgendwie so einen kleinen Teil. Der rennt wieder weg. Überlebt das. Greift uns nächste Runde nochmal an und stirbt dann. Weil die KI ist halt, äh, na. Dumm. Die macht immer das gleiche. Immer und immer wieder. Ey, er fliegt zur nächsten Stadt und kommt nächste Runde wieder. Wahnsinn. Okay. Dann sind wir jetzt wieder dran, ne? Cool. Aber, das sehen wir in der nächsten Folge. Die Deutschen haben die Location einer unserer größten Partizan-Gruppen aufgeteilt. Deine Hilfe wird geprägt, Kommander. Okay. Die Partizanen geben ja echt auf den Sack, ne? Man, ey. Wie oft die Partizanen Hilfe brauchen, ne? Es ist unfassbar. Wie soll ich denn da hinkommen in fünf Runden? LOL. Das ist ja übelst weit weg. Oh, geht. Ja, gut. Dann werden wir wahrscheinlich jetzt getroffen, weil irgendwo ein Bunker hier rumsteht. Aber ist egal. Wir müssen auf den direkten Weg dahin gehen. Mach weg. Wenn du schon mal hier bist. Punk. Dann ist der durch. Schön. Und beim nächsten Mal sehen wir dann, wie er dann weitermacht. Der hat sieben Fähigkeitspunkte. LOL. Dann ciao. Bis bald. мотр. Ja. Anna. Doh. Dann. Bis zum nächsten Mal.